Hallöchen ihr lieben hier sind wir jetzt an der stelle wo wir beim letzten mal aufgehört haben ich mache das jetzt zum zweiten mal leider ist mir die eine aufzeichnung hauptsache gegangen also ich weiß nicht wo sie ist nicht mehr beim letzten mal hatte ich es ja mehr war deswegen würde ich jetzt einfach hier mal Jack erwähnen diesmal so dass man auch stammt der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort wer soll das Ablenkungsteam anführen na ich würde sagen Gerwus ich beschäftige die Verteidiger sie schleichen hinten vorbei was wird aus mir und dem Rest der Crew Shepard wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen wir haben wieder ausreichend Systeme online um eine Abholung durchzuführen aber wir müssten bei ihrer vorherigen Position landen wir können es uns nicht leisten zurück zu gehen Shepard jetzt nicht mehr sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen ich gebe ihnen jemanden mit Joker brauche die Position der Landezone treffe sie dann dort jeder hat seine Aufgabe los geht's so dann äh ich werde Legionen und ähm Kanten nehmen also den fand ich irgendwie kacke ok es geht los bleiben sie in meiner Nähe wenn sie überleben wollen habe ich voran die schwärme störenden Funkkontakt sind sie bereit also ich suche noch ein Quatsch gehen wir Commander feind nähert sich übernehme direkten Kontrolle übernehme direkten Kontrolle übernehme direkten Kontrolle schon unterwegs schon unterwegs das erwartet sich das erwartet sich ja ich werde mich persönlich darum kümmern ja mach er kommen wir weiter hier sind die Vorboten ihres Schicksals manche rücken manche rücken ihn noch nicht weiter ah da ist er die manche rücken übernehme Kontrolle übernehme Kontrolle übernehme Kontrolle da kann ich alles frei sagen sie bescheid wenn sie bereit sind vor bin bereit Commander ganz wichtig hier Munition Zeit wird angegriffen bei der direkt vor uns Ich werde hier sein. Sagen Sie Bescheid, wenn es losgehen soll. Sie werden den Schmerz kennenlernen. Sie werden den Schmerz schütteln. Sie werden den Schmerz beschützen. Sie werden den Schmerz schütteln. Das tut Ihnen gut. Wir übernehmen die Kontrolle. Ich weiß, dass Sie das spüren. Sie werden den Schmerz schütteln. Wie war es das? Mal schauen. Beim ersten Versuch hatte ich eine andere Aufgabe zugeteilt. Sie werden den Schmerz schütteln. Mal schauen, ob ich das diesmal durchbringe. Wäre natürlich schon nice, wenn ich das ganze schon doppelt mache. So zu sagen. Dann könnte ein richtiges Feuer gefecht werden. Ich halte die Stellung, bis Sie bereit zum Abzug sind. Ich halte die Stellung, bis Sie bereit sind. Sie werden den Schmerz schütteln. 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 Dann wurde der Schmerz schütteln. Das ist schwierig. Ja, beim ersten Mal bin ich ja auch noch da durchgekommen Na toll, wo ist das? Komm mal oben hier Alles frei, sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander Das war auf jeden Fall wenig komplizierter wie beim ersten Mal Zieh mich zurück, Commander Mann, 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 Mann Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich da mit hatte Also Kranz hatte ich nicht mit Versuche durchzuhalten Ich sehe den Eingang Ich sehe den Eingang Wir müssen dorthin, rasch Und dann Durchhaltskirchen, fast geschafft Wir sollten rasch weitergehen, Stafford Commander Also gut, weiter So, bei der Stelle hatte ich sie dann verloren Mal gucken, ob ich diesmal auch anfange, ja? Ne, anscheinend nicht Sie war die Pester, würde ich sagen Definitiv Hm Ich höre, was ist Ihre Position Hinter der Tür umzingelt und unter schweren Beschuss Wir kommen, halten Sie durch Öffnen Sie die Tür Ja Na los Tür verlegen Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen Mordens Gruppe ist gerade angekommen, Shepard Keine Verluste Ausgezeichnet Jetzt geht's um alles Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören Commander, Sie haben ein Problem Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde Ab nicht lang dauern, bis Sie zu Ihnen durchbrechen So Sekunde, geht sofort leider So, jemand muss diese Tür halten Wir müssen fertig sein, bevor Sie durchkommen Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht Und lassen Sie die anderen zur Verteidigung der Stellung hier Das müsste Ihnen etwas Zeit verschaffen Hm Okay, dann schauen wir mal, wie das funktioniert, wenn ich jetzt Legionen und Quanten mitnehme Ich bin bereit, Commander Bereit! Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Heute nicht Und mit etwas Glück schaffen wir es alle auf die andere Seite Wir geben unser Bestes Viel Glück, Shepard Okay Ja, komm doch her Ja, das werden jetzt ein paar Runden So, mal gucken, was hab ich denn da So, mal gucken, was hab ich denn da Hm Hm Ist da Buchungsholz? Da gehen wir das mal rein Wir übernehmen die Kontrollen Wir übernehmen die Kontrollen Ihre Handgriffe sind primitiv Ich werde mich persönlich darum kümmern Wir übernehmen die Kontrollen Ich zeige Ihnen wahre Macht Direkte Intervention ist notwendig Direkte Intervention ist notwendig Die Ultranzügerung ist ziemlich leid Und ich verbar tschert aufs Körper, falls möglich Die, 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 die Denn Sie können sich nicht widersetzen. Meine Angriffe werden Sie zerreißen. Übernehme direkte Kontrolle. Übernehme Kontrolle. Ihre Hühle ist zerbrechlich. Wir reiten uns auf Kampfort. Und ich kann in die beste Stimmung. Das Kampzschuss im Ziel. Ein außergründlicher Weitschuss. Habe die Schilder verloren. Häh. Tolle Wurst. Wo ist eine Legion hin? Oh, stell dich doch nicht vor mich. Uiuiuiuiuiui. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschenreaper. Hm. Exakt. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde. Da kommen noch mehr. Wir sind vorbohren. Also hat er die nächste Vorbohren nicht. Übernehme Kontrolle. Wir übernehmen die Kontrolle. Okay, ich habe jetzt keine Munition mehr. Ach, scheiße. Ich werde mich persönlich dauten. Nicht schießen, Shepard. Ach, du bist das. Das tut ihm weh. Zu spät, jetzt. Das tut ihm weh. Ich bin hier aber noch nicht hin. Das tut ihm weh. Ich hab dich schon. Ich bin hier. Ich bin hier. Du bist nicht mehr. Ich bin hier. Okay, ich hab jetzt echt ein Munition zu sehen, glaube ich. Kampf steht unmittelbar bevor. Das war echt mal ein krasses Ding. Wünschen aktiviert. Die Injektionsschläuche eliminieren. Das war knapp. Oh, ich brauch echt Munition. Das hab ich ein Problem. Hm. Hm hm hm. Hm hm. Hm hm hm. Shepard an Boden Team. Statusbericht. Heim hier. Halten die Stellung, aber es kommen ständig neue Dinge. Ein baldiger Absuch wäre wünschenswert. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Äh, Commander. Da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Schepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich bin hier noch nicht fertig. In zehn Minuten ist diese Basis Geschichte. Warten Sie. Ich habe eine bessere Lösung. Ich habe die Pläne vor mir, die Eddie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Ich bin hier, um Sie zu zerstören. Aber wenn Sie einen anderen Vorschlag haben, höre ich Ihnen zu. Wir haben einen Einzelsieg errungen, aber wir befinden uns immer noch im Krieg. Diese Basis gibt uns die Technologie, die wir für den Kampf gegen die Reaper brauchen. Vielleicht ist das besser so. Führerschaft heißt auch Opfer bringen. Das wissen Sie selbst am besten, Shepard. Bei einer derartigen Bedrohung sind Regeln wertlos. Wenn diese Station uns helfen kann, die Reaper aufzuhalten, müssen wir sie benutzen. Das ist die richtige Entscheidung. Kann man vermutlich drüber streiten. Aber ich bin auch der Meinung. Weg hier. In 10 Minuten gibt der Reaktorkern einen Strahlungsimpuls ab, der alles an Bord tötet. Wir haben den Schuss. Wir haben den Schuss. Wir haben den Schuss. Ich bin ja echt mal ganz näher. Ja, ich bin ja. Wir müssen die Bühne zurücksteigen. Wir müssen die Bühne zurücksteigen. Bühne nicht so. Wir müssen die Bühne nicht verblicken. ganz da vorne liegt Munition, habe ich gesehen hör mal, so geht es nicht ok ok ich habe einen Moment, wo ich gesehen das war nicht Ich habe ja gesehen. Oh, ich habe ja welche aufgehoben. Ist mir gar nicht aufgefallen. Verdammte Klotter. Komm, zeig mir deine Augen. Also mach ich nicht kalt. Achso. Ich bin Organa. Wenn ich so zappeln will. Aber viel hat er jetzt nicht mehr. Oh. Ich würde sagen, da hat Legion gut getroffen. Hm. Ich bin Organa. Ich bin Organa. Ich bin Organa. Ich bin Organa. Ich glaube, ich habe keinen von Ohren. Das wäre natürlich geil. Ich bin Organa. Ich bin Organa. Das ist irgendwie Momotenteam geschafft. Alle Überlebenden an Bord. Wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Die Erlösung durch die Erlösung. Die Tonation in 10, 9, 8. Ja, hab schon kapiert, Edi. Festhalten! Sehr schön. Sie haben versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Kabu! Hm. Ja. Oh my. Oh. 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 Alles ein bisschen durchgerüttelt, geschüttelt. Es geht hier darum, die Reaper zu besiegen. Richtig. Aber ein Teil von ihnen ist doch bestimmt auch aufgeregt, angesichts der Möglichkeiten. Die Anpassung der Technologie von der Kollektorenbasis könnte der größte Fortschritt für die Menschheit seit der Entdeckung der Portale sein. Das wird unsere Dominanz über die Galaxie sichern. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Das ist ein und dasselbe. Meine Mission war schon immer, die Stärke der Menschheit zu fördern und zu wahren. Lassen Sie sich nicht von Idealismus blenden. Die volle Ausnutzung des Potenzials der Basis bewirkt das Gleiche auch bei uns. Wir müssen alle möglichen Ressourcen gegen die Reaper einsetzen. Nichts darf sich dem in den Weg stellen. Der Fuhrbote kommt und er wird nicht alleine sein. Wenn Sie etwas zurückbehalten, ganz egal was, sind Sie draußen. So leicht ist das nicht, Shepard. Wir brauchen einander. Joker, schalten Sie ihn ab. Nein. Nein. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.